Servus! Hi, hi, hi! Ganz neu bei Burger King gibt's jetzt auch Hot Dogs. Und wir wollen wissen, was können die denn? Und vor allen Dingen, können sie mit den legendären Hot Dogs vom Ikea mithalten? Ganz genau. Das probieren wir jetzt aus. Bitte, gentlemen first in dieser Angelegenheit. Oh, das duftet schon. Das ist ja schick, die sind ja richtig verpackt hier. Schau mal hier. Oh, extra Schaffel. Grilled Dogs, steht da drauf. Okay. Das ist die Frage, wie braucht man die denn auf? Ah! Okay. Die Wurst schaut so ein bisschen nach so... Ist die durchgeschnitten, die Wurst? Irgendwie so, ja. Nein, meine ist geplatzt. Also meine ist geradlinig durchgeplatzt oder einfach aufgeschnitten? Ich glaube, das ist Absicht, weil das in die Soße ist. So, ist das so gut? Senf, Ketchup und sonst so ein Hot Dog Brüche, wie man das halt kennt. Ja, so ein bisschen Radish-Zeug, ja. So würde ich sagen. Also was mir jetzt gleich auffällt, mir fehlen die gerüsteten Zwiebeln. Weil die gibt es ja bei Ikea immer. Naja, das ist ja so ein Zwiebel-Relish, irgend sowas. Weil da hole ich mir immer mega viel drauf. Schauen wir mal. Dann würde ich sagen... Prost! Prost, ne? Ja, klar. Ja. Das ist durchaus in Ordnung. Ja, man muss uns dazu sagen, ich habe wahnsinnig Hunger. Ihr habt aber was zu gestern, was wir trotzdem. Dafür schmeckt es gut. Ich finde es ein bisschen trocken. Findest du, hey? Doch. Dann finde ich die von Ikea trockener. Echt? Ja. Mann, mir fehlen die gerützeten Zwiebeln. Das stimmt, ja. Das ist ganz egal auf dem Hot Dog diese gerützeten Zwiebeln. Aber stell dir mal vor, die wären noch drauf und wäre es perfekt. Dann wäre es geil. Das ist wirklich lecker. Und für den Spein. Und ich habe jetzt auch übel Hunger. Deswegen, ich fange mir das nicht rein. Aber 1,99 kann man nicht sagen. Also insofern schmeckt es.